Hey Dudes, heute spielen wir Getting Over It. Ich hatte Lust auf das Game und ihr könnt mir mal eine positive bzw. negative Bewertung da lassen, je nachdem wie ihr es findet, damit ich weiß, wollt ihr mehr davon sehen oder nicht. Und ohne dass ich jetzt weiter schnack, viel Spaß beim Video. Hä? Hallo? Ich glaube, das Game ist verrückt, ich stecke fest. Easy. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich mache, aber easy. Ah! Easy, hä? Erst Level geschafft, oder wie? Erst Level geschafft, oder was? Warte. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Na, ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Zack. Ah! Come on. Oh, okay, ich habe es. Jetzt komme ich hier rüber. Und hier. Was ist das für ein Haus? Oh! Oh, no, 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 no. Boah, er sieht aus wie so ein Kämpfer Hayata, Hayata, Hayata Ich höre mal ein Schwert Kann es auf der Nase balancieren Es sieht echt aus Als würde er es auf der Nase balancieren Äh, was für Schwert Hammer, nicht runterfallen Jetzt ist mal Schluss mit Faxen, jetzt kommen wir da hoch Kommen wir da hoch Boah, ich muss schon die ganze Zeit Die Maus so rumschwingen Oho, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt Ich merke schon, wie das heftig frustriert Wenn man mal runterfliegt Konzentration Wegstoßen Hä, ich habe einen Lauf Ich habe einen Lauf, ich schaff's Ich habe glaube ich gleich durchgespielt Ja Das war Karma Das war absolut Karma Und es ist absolut schlimm Dieses Spiel Komm mal Ja Nein, 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 nein Immerhin nicht unten Oh ja Oh ja Oh ja Mit Schmackes Mit Schmackes Lass mich da hoch Oh ja Mit Schmackes Ich sag's doch Nein Hä Dauert so lange, um da hoch zu kommen Und man ist in einer Sekunde wieder unten So Aha Nein Was ist das für ein Scheißspiel Oh nein, nein Doch nicht Scheißspiel Doch nicht Scheißspiel Doch kein Scheißspiel Doch kein Scheißspiel Nicht rein choken Nicht rein choken An der Gartenlaube vorbei Und hier hoch Gar kein Problem Abflussrohr Jetzt hab ich's Ich muss aufhören, sowas zu sagen Und doch, Spaß Jetzt hab ich's Jetzt hab ich's Festhalten, festhalten Festhalten, festhalten Festhalten Einmal absetzen Perfekt Ja Schossen Und jetzt Speedrun Speedrun, speedrun Ich frage jetzt Wie komm ich hier hoch Nein 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 wehe danke hoch da hoch da jetzt geht's da hoch geht's ja boah jetzt schon eine kurze pause 2000 jahre später jetzt aber ich wollte gerade sagen die pause hat was gebracht aber aber nur frustrat akrobat gemacht ich krieg den hammer dann nicht ab okay wahrscheinlich habe ich ja 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 bis jetzt hier her weiter weiter nach oben jetzt halt mal still ich glaube wenn ich da runter falle bin ich komplett wieder unten dann geht es aber los dann raste ich hier komplett aus halt dich weh du hältst nicht fest weh du hältst dich nicht fest so schiss hier nein 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 hm 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 ja jetzt der flow beginnt der flow beginnt jetzt mit ansage komm ich ganz hoch ganz hoch oder über ich weiß nicht mal was das ziel hier festhalten 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 ich weiß nicht mal was das ziel hier ist ob wir hier über diesen berg müssen wahrscheinlich sonst würde es ja nicht so heißen vielleicht müssen wir hier über den berg kommen kein problem und zwar machen wir das einfach und jetzt rutschen wir absichtlich runter um uns hier so schützen zu können und dann ja nein 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 mach keine Faxen zu diesem zeitpunkt war ich gebrochen und wusste nicht mehr weiter nur ein gedanke hat mich wieder dazu gebracht weiter zu klettern und nicht aufzugeben dieser gedanke war kein geringerer als der das jetzt ein like und abo da lässt macht nix wir probieren es nochmal dafür sind wir ja da ja ja jetzt komme ich ganz hoch wo ist mich hier hier stoße ich dann hebe ich mich da oben fest ja 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 es fühlt sich an als hätte ich spiel grad durchgespielt ohne witz fühlt sich so gut an ja 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 da hoch will ich und dann stütze ich mir stoße ich mich von ja warte warte ich stoße mich von hier oben ab dann fliegen wir über den ganzen berg drüber ich bin mir das lampen okay okay wir halten uns an den lampen da oben fest und jetzt ganz vorsichtig machen wir diesen hier und ziehen uns hier hoch machen wir diesen hier und ziehen uns hier hoch machen ich glaube ich habe den weg wie es geht ihn uns hier hoch der muskeln der dudner und hier hoch bleibt doch da erstmal sitzen hier festhalten hochziehen hier festhalten hochziehen weiter 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 wir halten uns noch mal hier fest warte 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 noch mal von vorne noch mal von vorne hinsetzen umgreifen hochziehen do not stand at my grave and cry i am not there i did not die mire frei The Truth